So, genau so, so quasi wie das Lager hinten, genau, dann haben wir die Workbench 2, Work Research Table, die Workbench 1 haben wir ja auch hier, dann die Frage, was haben wir noch, die Armory, ne, wäre jetzt als nächstes, glaube ich, dran, die Küche müssen wir auch noch platzieren, Lab 1, haben wir sonst noch was kleines, ne, ne, Kitchen, ähm, Lab 1, hatten wir, wo haben wir denn, ah ne, Lab hatten wir ja, ne, Lab hatten wir, genau, die Küche müssen wir noch umbauen, ach, da hinten, was haben wir da hinten denn, oh nein, was habe ich denn hier gebaut, die Armory haben wir ja, stimmt, oh, Moment, äh, Halt, Stopp, Halt, Stopp, wir haben kein Holz, das dürfte kein Problem sein, danke, Wir sind fast fertig, holy shit, so, äh, rotate, 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 das soll dann auch hier so hin, dass man da auch durchlaufen kann, okay, ich habe hier schon sogar schon den Rückhalt, was sehr schön ist, also ich kann hier nicht nach hinten gehen, weil hier nämlich schon die, der Blueprint steht, Das heißt, ich kann hier schon gucken, wie viel Platz ich hier brauche, was sehr gut ist, so 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 Ich glaube, ja, da kann ich hier an die Armory, hier kann ich an die Workbench 2, ja, sehr schön, genau, und man kann hier in der Mitte durchgehen Oh ja, das gefällt mir sehr, das ist sehr schön Das gefällt mir sehr gut Sehr, sehr gut So, das soll es gewesen sein, erstmal, jetzt würde ich tatsächlich, äh, erstmal die Dings umbauen Noch die Küche Erstmal kommt die Küche hier hin Neben dem Roflino Der hoffentlich da in die Ecke passt Wenn ich Wutt hätte Fridolin Friedhelm Na, okay, egal Gib mir mal ein bisschen Wutt Ich muss mal ein bisschen was umbauen So, du kommst erstmal hier in die Ecke So Und die Kitchen kommt dann auch hier zu Kann das Essen immer schön riechen So So, dann haben wir das erstmal, das wird ja sowieso nochmal umgebaut Weil hier ja noch was dazu kommt Aber dann können wir hier schön an die Küche gehen und so Das Problem ist, wenn du jetzt hier drin schießt und der Zug fährt, kriegst du nichts mehr außen mit, ne Ist ein Vorteil mit den Wänden Ist aber auch ein Nachteil Aber egal Oh mein Gott, sieht das geil aus Ich feier das Das ist so cool Das Game entpuppt sich als richtig cooles Game Aber gut, das habe ich vorher schon irgendwie gedacht Deswegen Aber egal So Ähm Ja Dann haben wir ja eigentlich alles erstmal Bis auf jetzt die Steam Engine Die ich vielleicht noch umplatzieren möchte Und den Garden Ach ja, stimmt, der Garden Der Garden, Garden, Garden Let's make some Garden Jetzt ist die Frage Steam Engine abreißen oder nicht Jetzt kommt die große Frage Den Garden platziere ich auch mal erstmal hier Der stört ja hier nicht So Wir kommen an ihn dran Wir kommen da dran Wir kommen da dran Sehr schön Ja, okay Gut Ähm Pick up Das Problem ist Wir müssen den glaube ich auch noch im Wir müssen den im Dings reinpacken In so einem Regal Da hatte ich schon Wood überall reingepackt Bis auf da Ähm Warte mal Deconstruct Ich pack den kleinen Scheißer einfach mal da rein Ähm Guckt der richtig rum? So Ja Lassen wir mal eben den da Wir brauchen sowieso noch ein leeres Regal Wenn wir nochmal Kisten kriegen oder so, ne Ja, Essen trinken wir so langsam knapp Ähm Schupferbarren Metall War wo? Hier Holz haben wir Sieben Neun Okay Ähm Der muss auch mal gucken Der kann erstmal bleiben Weil ich wie gesagt Ich bin mit der Steam Engine noch nicht so ganz zufrieden Ob ich die lass Die müssen wir ja auch noch mitnehmen, ne? Holy shit Äh Baue ich das um? Reise ich die ab? Ich weiß es nicht Reise ich sie ab oder nicht? Kann ich sie eigentlich umplatzieren? Geht das? Warte mal Was passiert denn? Wie umplatziere ich die denn um? Mit dem Hammer? Ah ne Ich kann sie nur abreißen Glaube ich zumindest Ich kann sie also nicht umplatzieren Wenn sie einmal gebaut ist Ist sie gebaut Ganz ehrlich Aber ich weiß nicht Was das Spiel von uns erwartet, ne? Ich kann sie echt nur Ich kann sie echt nur abreißen Also einmal platziert ist platziert Ist aber ärgerlich Ich will mal was gucken Okay, keine Wände Das geht nicht Bilde Modul Alter, dieser Automat Okay, könnten wir jetzt nicht bauen Wollen wir uns überall hinsetzen Wenn wir wollen würden, ne? Pass auf Äh Was brauchen wir denn jetzt nochmal Ich schau nochmal eben Wir brauchen Zweimal Kupferdraht Einmal schrauben Zweimal Kupferdraht Einmal schrauben Ich schau nochmal eben Äh Zweimal Kupferdraht Einmal schrauben Zweimal Kupferdraht Einmal schrauben Äh Warte Zweimal Kupferdraht Einmal schrauben Einmal schrauben war das, ne? Oder was? Zweimal Bin mir jetzt nicht sicher Aber es läuft, ne? Ist glaube ich, äh Ganz gut, so wie wir es gebaut haben Dann brauchen wir zweimal Diese Zahnräder Und zweimal die Kolben Na? Kriegen wir es hin? Ich denke schon, ne? Bing Und zweimal die Kolben Ach, da fehlt so das schwarze Zeug Dafür brauchen wir was? Fett und Chemikalien Jawohl Bin doch mich Fett und Chemikalien Chemikalien Und Fett Weiß gar nicht, wie viel wir brauchen Bin mir nicht sicher Reichen die zwei? Wir brauchen zwei von den Dinger, ne? Also brauchen wir zwei von diesen Teilen hier Ja, reicht Sehr schön Gut Ach, wie schön, wenn man jetzt weiß Wo was ist Das ist doch ein Traum Das ist doch sehr schön So Dann picken wir mal ab Und dann bauen wir mal Zwei von den Kolben Und dann haben wir glaube ich Alles wieder für die Steam Engine Ja, dann lassen wir sie dran Erstens, weil es auch optisch besser aussieht Und zweitens, äh Ja Ich weiß auch nicht, was ich dann hier machen sollen würde Keine Ahnung Da müssen wir halt immer auf Slow fahren Weil ich bin eher der Slowfahrer Äh, ist so Entschuldigung, was ich sagen muss, aber ist einfach so Ich bin eher der, der langsam fährt Vier Barren brauchen wir noch Vier Barren Können wir herstellen? Vier Immer mal fünf Danke Hart Friedhelm auch Friedhelm hat auch, natürlich Erstens, Trinken ein bisschen im Auge behalten Müssen wir auch wieder bald was herstellen Ein bisschen was holen, ne? Holen wir ein Feuer Äh, Holz Das haben wir So Da fehlen Schrauben Und so, das haben wir alles Ja Aber der Rest fehlt dann noch mit den, äh Ja Schauen wir mal Das wird auf jeden Fall sehr lustig Und sehr, sehr geil Und ich bin froh, dass wir das fertig haben hier Ich bin so froh, dass wir das haben Dass das jetzt auch optisch richtig gut aussieht Und vernünftig sortiert ist alles Sehr, sehr geil Sehr, sehr geil So, dann wollen wir mal Also, auf geht's Ab zur Steam Engine Bildmodul Oh, na, gucken wir mal Also, uah Kann ich mal eben Upa So, jetzt platzieren wir sie natürlich mittig So, wie sie muss Ist mittig, ne? Ich glaube schon Ja So, sehr schön Was ist das hier? Steam Engine Handrails Plattform Zwei Schrauben Ein Barren Brauchen wir noch Oder ich lass hier vorne frei einfach Damit wir da besser mal irgendwie rauslaufen können, oder? Hier muss ich noch umplatzieren Wo packe ich den denn hin? Der steht echt bescheuert, ne? Soll ich den nach vorne packen? Hier mittig Du kriegst den besten Platz ever Ist so Glaub mir, mein Freund Du kriegst den besten Platz EU West Ach, da darf ich gar nicht bauen Schade Ich dachte erst So richtig schön Voll Kraft Voraus Soll ich den da hinsetzen? Weil hier müssen wir langlaufen Ist ein bisschen blöd mit der Steam Engine Das ist Ah, hier stört er Da stört er Ich platziere den hier in der Ecke Komm Was soll's So Sehr schön Gut, dann würde ich sagen Ja Ja Es sieht aus wie Zug Es ist Zug Uah Es sieht nicht nur aus wie Zug Es ist mittlerweile Zug Alter Schwede Die Dings müssen wir noch machen, ne? Die Prophezeiung Weil jetzt haben wir eigentlich soweit alles Alles geregelt, was wir wollten Ich würde schon mal einsortieren Wieder alles So, ich glaube Ja Ich fang mal Ich fang mal oben an Denn hier ist ja glaube ich alles voller Metall, ne? Ja, hier, ne Hier nicht Ach, da hab ich schon vergessen Hab ich schon angefangen rauszunehmen So Äh Holz Zack, zack Guck mal, da haben wir auch schon wieder 10 drin So, Barren Metallbarren Und Nein Upferbarren So Hast du auch schon wieder irgendwas? Ja, du hast auch schon wieder Wut, sehr schön Wut, Wut, Wut Zack, guck mal So langsam füllt sich das auch schon wieder Sehr schön Äh Die Platten Die Platten, Platten, Platten Tafeln Tafel, Tafel Tafel, 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 Tafel Und dann gucken wir uns mal an Was wir da so bekommen haben Und was wir machen können So, Prophezeiung Hate Train Sharks are more aggressive Aber more Items in the void mal 1 Okay, sind 10% aggressiv More chemicals in the, okay Namos, Sharks are more plus 1 More chemicals in the void Interception Plan Shanks of Encountering Chase mal 1 More Wood Und more Metal in the void Sehr geil Speed Swing minus 10 Aber more Items in the void More Organ More dirty eyes More wood in the void Aber Frequency Of Leeches Also ich würde auf jeden Fall Erstmal Das nehmen Da haben wir die Chance Dass wir Encountert werden Natürlich Aber ich würde das nehmen Weil wir da auch mehr Metall Und Wood haben Und mehr Items in the void Würde ich auch nehmen Und als drittes Würde ich vielleicht Shanks of Encountering Das heißt mal 2 Das heißt wir werden wahrscheinlich 2 mal die Chance haben Dass wir Gegner haben Das heißt wir müssen uns Darauf vorbereiten Dafür haben wir aber Mehr Organe Und mehr Äh Mehr Eis Also mehr Essen Und mehr Trinken Was wir auch brauchen Definitiv Damit sind wir Sehr gut ausgerüstet Shuuu Und die Haben wir noch übrig Die würde ich tatsächlich Hinten einlagern Nein Hier Da geht's weiter So Äh Tafeln Zack 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 Sehr schön Und Äh Ja Danke Wood So Heißt für uns Wir können eigentlich Ich glaube ich werde den Da vorne immer wieder vergessen Den einzusammeln hier Eigentlich können wir los Weil wir haben eigentlich Alles was wir gemacht haben Oder alles was wir wollten Haben wir getan Sehr schön Oh ich freue mich Ich habe so ein Grinsen auf den Lippen Weiß ich ob man das So einigermaßen hören kann Äh Heißt für uns eigentlich Wir können weiter Aber wir müssen erstmal Essen und trinken Damit der Flexi in der Vergangenheit Nicht in der Vergangenheit In der Zukunft Weiß was Phase ist Essen fertig Essen 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 Trinken Fertig Trinken 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 Ja Wir müssen trinken und essen herstellen Hilft nix Hilft nix Wir müssen essen Trinken herstellen Damit der Flexi in der Zukunft Natürlich auch nicht Äh Ja auch nicht verdurstet Oder verhungert Würde ich ihm schon mal ein bisschen Was vorbereiten Damit er da Bescheid weiß Was sehr sehr geil ist Was sehr sehr geil ist Also Äh Ja Damit er auch da zufrieden Und in Ruhe losstarten kann Ähm Essen müssen wir auch roh haben Das war trinken Das ist essen Davon haben wir nicht mehr viel Das heißt Deswegen bin ich froh Dass wir Die Prophezeiung genommen haben Dass wir mehr essen und trinken haben So Das wird ein bisschen dauern Können wir in der Zwischenzeit Irgendwas noch machen Das ist der Crusher Bitte keine Bitte keine Finger da reinsetzen Die Barren können wir eigentlich Da reinpacken Die wir haben Ne Diese Wo haben wir sie denn Hier die Eisenbarren Ich pack die mal einfach da rein Weil die haben wir ja übrig Dann schmeiß ich die da schon mal rein So hier Zack Zack Dann machen wir noch zwei jeweils Von beiden Drei Holz Hätten wir auch Natürlich Wir könnten ja hier Ah warte mal Da fällt mir gerade was ein Natürlich Ah da brauchen wir nur Stahlbarren für Aber hierfür brauchen wir Zink Und Kupferbarren Moment Da wir gerade dabei sind Wir wollten die Zinkdinger nämlich auch leer machen Und zwar den dritten wollten wir leer machen Kohlebrikett Achso Ja und Kohle ne Stimmt ja Der nimmt ja kein Holz Äh Kohlebrikett Nehmen wir erstmal das Brikett Stimmt Der Fängt ja nicht so an Der geht ja nur mit Kohle Ohne Holz geht der Also Holz nimmt der ja nicht an So Trinken haben wir Glaube ich Fertig Oder können wir noch was herstellen Ja natürlich So Er hat auch schon wieder gekotzt Alter Schwede Gott Jetzt will ich aber auch so langsam Jetzt will ich aber auch so langsam Dass wir weiter können So langsam werde ich ungeduldig Muss ich sagen So langsam wünsche ich mir tatsächlich Dass wir weiter fahren Aber wir haben jetzt alles hier soweit Fertig was wir wollten Ich bin froh dass wir es geschafft haben Das heißt für uns wir können gleich Losdüsen oder beziehungsweise am nächsten Mal So Pick up Zwei Stück Das heißt Die zwei sind schon mal weg Kann ich stoppen? Davon hätte ich gerne noch zwei Das heißt wir brauchen zwei Metallbarren Warte mal Hä wir haben keinen Wood Moment Natürlich haben wir Wood Zähl nicht Natürlich haben wir Wood So Äh Hatten wir nicht sogar zwei hier drin? Ein Ja Machen wir mal Gut Dann gucken wir mal Also trinken fertig Ist Da Zack Zack Da haben wir ein bisschen was hergestellt Nicht viel Da muss der Flexi in der Zukunft Auf jeden Fall irgendwas machen Das Da bleibt ihm nichts anderes übrig So Davon können wir auch mal fünf Stück herstellen Ja So Zwei Stück 40 Sekunden Dann machen wir die Bank fertig Und dann brauchen wir noch Warte Wir brauchen vier ne Äh Spread Vier Na Ah ne Moment Ja ich bin so doof Zwei können wir nur erstellen Okay Aber dann werden wir wenigstens das Tink auch ein bisschen los Was ich sehr feiere So Gegrillte Organe Oder Organien Roh Essen fertig Hier Sehr schön Dann haben wir ein bisschen was für ihn vorbereitet Da wird er sich bestimmt drüber freuen So Die Stahlbarren und Holz Und jetzt brauchen wir noch zwei Schrauben Können wir zwei Schrauben herstellen Ja nice Sehr schön Den Rest packe ich dann erstmal wieder weg Dann hat er seine Taschen leer In der Zukunft So Und Wood packe ich auch hier unten wieder rein Dann die Kupferbarren Und hier war noch Metall So Zack Und dann machen wir noch eben schnell Die Workbench 2 fertig Und dann haben wir das auch Guck mal an Sehr schön Dann kann er nämlich hier auch Loslegen schon die Sachen zu bauen Für den Für den Research Table Weil der Research Table weiß ich nämlich genau Wir brauchen auch hier diese Diese Pipes Oder was auch immer das da unten rechts ist Diese drei Stück Kann wir ja mal eben gucken Ja Brust Pipes Genau Okay Sehr schön Gut Dann haben wir das Und dann würde ich sagen Ihr Freut euch Auf die nächste Folge Mit Flexi in der Zukunft Und dürft auf keinen Fall verpassen Wie die Reise weiter geht Mit diesem schönen Zug Der jetzt wirklich sehr geil aussieht Muss man den nochmal von oben angucken Vor dem Turm da drüben Warte mal Ich geh mal eben hier hoch La 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 Wie kommen wir da hoch? Hier So Nein Hier lang Und dann hier glaube ich Dritte Etage Genau Etage 3 Oh mein Gott Ja Ja das wird sehr cool Das wird sehr sehr cool Da dürft ihr euch drüber freuen Also Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen In der nächsten Folge geht's weiter Mit Void Train Mit Waggons Mit Wänden und Decke Juhu Und mit vernünftigen Lagersystem Mit vernünftigen Ja Arbeitsräumen Und Was uns erwartet vorne Ja Nach diesem Tor Das Erfahren wir in der nächsten Folge Ich bin raus Bis dann Tschüss Bis dann Vielen Dank.